so leute was geht ab herzlich willkommen zu einem neuen battlefield video ich habe eine neue waffe am start also für mich neu mit der ich überhaupt nichts treffe bist du des wahnsinns so muss ich mal schauen das verdienen nicht die habe ich mir nämlich gerade gekauft ich glaube dass das so vielleicht besser ist auf zweifach ich weiß es aber nicht bist du nahrisch ja ich habe ihn gesehen da oben steht einer der hat mich gehabt macht aber nix macht gar nix stellen wir wieder ein sonst sollte ich bis sie um switchen auf eine andere waffe ich habe noch immer keine kill ich schieße auf den drauf aber es tut sich einfach nichts vielleicht sollte ich eine andere waffe nehmen und ein bisschen üben damit wäre vielleicht nicht so schlecht wir haben letztes mal immer die kapitel huurt automatik wegen diesem auftrag sage ich mal es kann niederhaltung das ist dieser auftrag und welche aufträge gibt es nur noch mg 15 in a leicht mg 15 in a leicht ok dann nehmen wir das einmal schauen sich das mal an was da abgeht ich kenne da jetzt ein bisschen ich glaube ich habe jetzt 2 um braucht oder habe ich jetzt 2 um braucht ja wohl bin schon viel mal gestorben ob ich jetzt ich habe wenigstens jetzt mal 2 um braucht wo ist sehr gut Gut, der hat mich schon 2 Blumen gebracht. Meisterschütze, alles klar. Der ist da noch immer oben. Das war meine Waffe, oder? Feind getroffen. 75, das war einfach ein randomer Granatenwurf. Ist da vielleicht von unten? Nein, glaube ich nicht. Hm, ist da noch nie? Okay. Da geht doch ein Verrung mit, oder? ja wohl mich bitte ja komm das hat überhaupt keinen sinn da oben steht doch einer warum holst du mich wir haben schon 74 kills und die runter geht noch nicht so lange jetzt kannst du mich holen hol mich bitte 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 war das eine schrotflinte oder sowas kann man nicht genau sagen oder kann man nicht so genau sagen ui da geht's ab ok hat sich nichts gebracht ich habe dachte ich gehe rauf und mache einen mit der haftmine platt aber hat sich nichts gebracht warum starte ich ihn jetzt da draußen einfach mal eine granate reinhauen vielleicht rennt man ja irgendwer vor das visier aber nicht du bitte ein kill noch alles kann es vergessen arme schick wohnen mir ist wirklich wer vor das visier gerannt sehr gut hat sich ja ausgezahlt sich einfach da mal hinzulegen und zu warten gut wir schauen uns jetzt noch die statistik an und dann war es das fürs heutige video ich sag's gleich leute wenn euch das video gefallen hat bitte einen daumen nach oben da lassen und abonnieren das hilft uns wirklich sehr weil dann können weitere geile videos kommen und geile live streams niederhaltung im kopftreff habe ich drei und schon 9 zu 10 ui ja weil ich am anfang nicht offen habe das war das problem ja ok leute gut das war's fürs heutige video ich bedanke mich fürs einschalten und tschüss bis dann